So, ganz kurz, wir sind am Stand von RAV Power. Das ist eine Marke, die sich vor allem auch darüber bekannt gemacht hat, dass sie Powerbanks und so weiter machen. Und sie haben neu das Ding hier. Das hier ist ein Induktionsladegerät, also kabelloses Charging mit Quick Charge Technologie verbaut. Aktuell für iPhone und andere ausgewählte QI induktionsfähige Geräte. Ich habe einfach gedacht, den Winter vielleicht gesehen, weil es ist klein, es ist nice und es ist ziemlich recht cool. Dankeschön! Vielen Dank!